Einen wunderschönen guten Abend, es ist Donnerstag, der 25. März 2021. Mein Name ist Peter Miller und das ist Ihr täglicher Nachrichtenhappen. Die Themen heute, die ersten Handschellen klicken in der Maskenaffäre, es geht um Präsenzgottesdienste an Ostern und in Heimatingen im Allgäu eskaliert eine Polizeikontrolle. In der Maskenaffäre gibt es jetzt die erste Festnahme. Grund ist der dringende Tatverdacht der Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern. Laut der Augsburger Allgemeinen handelt es sich um den Unternehmer Thomas Limberger. Er gilt als einer der Drahtzieher in der Affäre. Donat3FM-Reporterin Julia Walter. In dem Verfahren wird wegen Korruptionsverdachts unter anderem gegen Bayerns Ex-Justizminister Sauter und den mittlerweile aus der CSU ausgetretenen Bundestagsabgeordneten Nüßlein ermittelt. Die drei weiteren Beschuldigten in dem Verfahren sind zwei Geschäftsleute und ein Steuerberater. Offenbar hat die Staatsanwaltschaft außerdem veranlasst, dass Geld oder andere Vermögenswerte aus den möglichen Straftaten eingefroren werden. Nach der Osterruhe kommt heute nun der nächste Rückzieher der Bundesregierung. Sie nimmt ihre Bitte an unsere Kirchen zurück, an Ostern auf Präsenzgottesdienste zu verzichten. Donat3FM-Reporterin Manja Borchert. Das Bundespresseamt hat heute eine neue Fassung der Beschlüsse des Corona-Gipfels verschickt. Und da ist nicht nur die Passage mit der Osterruhe rausgestrichen, sondern auch die Bitte, religiöse Versammlungen an Ostern nur online durchzuführen. Der Appell war nicht nur bei den Kirchen auf Protest gestoßen. Auch Politiker aus CDU und CSU hatten heftige Kritik geübt. Noch kurz zur Testpflicht. Bereits morgen soll diese Pflicht für Reiserückkehrer auf dem Luftweg in Kraft treten. Sie soll unabhängig davon gelten, ob man aus einem Risikogebiet kommt. Das steht in einem Beschlussentwurf des Gesundheitsministeriums. Wer vor der Abreise keinen negativen Test vorlegt, darf nicht befördert werden. In Heimertingen im Unterallgäu ist eine Verkehrskontrolle völlig aus dem Ruder gelaufen. Die Polizei wollte eine 39-jährige Autofahrerin kontrollieren, die während der Fahrt ihr Handy benutzte. Zunächst ignorierte die Frau hartnäckig die Stoppzeichen der Polizei, dann gab sie auch noch keine Dokumente heraus. Als sie wegfahren wollte, griff der Polizist dann nach dem Zündschlüssel. Da schlug sie erst auf den Polizisten und dann auch noch auf die unterstützende Kollegin ein. Der wohl von ihr verständigte Ehemann ging ebenfalls auf die Polizisten los, bedrohte und beleidigte sie und ließ sich nicht beruhigen. Schließlich trafen dann zwei weitere Streifen ein und am Ende musste der Mann sogar fixiert werden. Die Polizisten wurden allesamt leicht verletzt, konnten aber Gott sei Dank weiterarbeiten. Gegen das renitente Paar laufen jetzt Strafverfahren. Das war es dann auch mit Ihrem täglichen Nachrichtenhappen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und ciao.